Kann man auf Zuckerroder setzen? Ne, schade, nötig mal. Eigentlich kommt eine weiße Blume rein, aber... Okay. Links von dir ist eine Brücke, ne? Kannst du rüber gehen, musst du nicht schwimmen. Okay. Und hier die Dirtbrücke. Boah, mega geile Brücke. Ja, ist halt nur damit mein Pferd nicht die ganze Zeit runter geht, wenn ich da durchschwemme. Ja, da ist ja schon drei Sachen gebaut. Ja, da hinten war Anfang von meiner Mittelalterstadt. Der Turm, der wird noch abgerissen. Ach so. Der war nur 0850 Schnaps Idee. Ah. Du hast nicht zufälligerweise eine weiße Blume mit dabei, ne? Tut mir leid. Schade. Ja. 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 Du hast die Tür nicht zugemacht. Ja. Aber der ist mir ja nicht gefolgt, der ist wegen dir geplatzt. Ist ja nicht schlimm, ich treche mich jetzt mal nicht auf. Ey, das ist echt mit wegen mir. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja nur ein ganz geiles Glas gewesen, was jetzt draufgegangen ist. Oh, die ganze Wolle, ey. Das ist genau der Eingang, den ich mir die ganze Zeit jetzt überlegt habe, weil ich nicht wusste, wie das Prinzip ich nehmen soll. Dann bin ich glaube ich lieber mal weg, bevor er sich es noch anders überlegt. Nein, 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 bleib bitte hier. Ich möchte auch, dass du hier noch ein bisschen direkt anguckst. Hast du noch Koppel, den du nicht brauchst? Ne, den brauche ich gerade für den Innenraum. Komplett, dann. So. Alter, ey. Voll das Loch. Einmal so richtig, ey. Scheiß Creeper. Ach ja. Na, super Glas, äh, Fenster habe ich natürlich auch nicht mehr. Okay, ich habe schon 29 Bücherregal. Das ist gut. Jo. Ja, und so will ich halt, ähm, mein, meine Stadt aufbauen, weißt du, dass es so schön modern aussieht. Ja. Ja, komm mal mit nochmal zu mal. Warte, genau. Kann man da nicht, äh, uns bald mal einen Verzörrungstisch machen. Hast du Diamanten? Ja, 40 Stück von Gordon und Chesterton. Ja, also was? Alter, wo ist meine, äh, du hast ne Blumen, du hast ne weiße Blumen eingesammelt. Stell die mal bitte hier ein. Doch, du musst auch ne weiße Blumen haben. Hab ich ja. Ja, ich hab zwei, Junge. Ja. Okay. Hm. Ja, hier, guck dir mal an. Das ist mega lustig, einfach nur. Hier, wenn du hinten rum rausgehst. Dann siehst du hier einfach mal. Ach, lol. Genau. Und dann kann man hier so schön ausreiten. Gatter auf und dann los geht's. Cool. Jo. Aber das Haus, das reiß ich ab. Sobald, ähm, zwei, drei. Hört sich doch schön aus, eigentlich. Ja, aber es passt nicht ins, äh, ins Image. Und du kennst mich nicht. Ich mach da Nägel mit Köppen. Ich möchte lieber ein schöner Minecraft-Stadt haben. Anstatt hier irgendwie ein Bauwerk, was da nicht reinpasst. Ja. Das unterscheidet mich halt zum Beispiel vom Lorenz, der einfach mal querfült einbaut. Ja, nur das Problem ist, er baut halt wirklich 100 Folgen in einem Haus und es sieht trotzdem nach nix aus. Meinst du mich jetzt? Nein. Creeper. Bitte nicht wieder. Ups, ist er explodiert. Hätte ich gehört. Ne, ist er echt. Aber ich bin ja schon wieder weg. Ja, sag mal, wie findest du das bis jetzt? Na ja, schön. Sieht gut aus. Was war das denn? Das war mein Drachen. Sehr ästhetisch. Ja. Das ging aber schnell und fast. Ja, wirklich nur so ganz schnell so. Fast, fast wär ich, Lukas. Warum hast du meine geile Pyramide gesehen? Lorenz, hast du noch, Poppel? Jo. Kann ich haben? Nein. Und jetzt? Nein. Und jetzt? Nein. Und wenn ich dich töte? Wirklich. Toll. Irgendwie ist der gerade wirklich eine hier, ist er. Okay, du kannst noch was haben, komm her. Danke, bin unterwegs. Wollste. Du kannst dann noch deine zwei Alpen wiederbekommen. Okay. Na, ich muss noch... Auch mal wieder Adventure Maps-Seil hier hochkraxeln. Ich hab doch hier extra eine Treppe hingebaut. Ich bin aber auf der anderen Seite. Oder ich hoffe, dass ich auf der anderen Seite bin. Oh, da bin ich ja. Boah, ich hab voll Bock, mal ne Adventure Maps aufzunehmen. Ja, dann mach doch. Ja, aber nicht allein. Ja, ich muss ja nicht unbedingt immer dabei sein und aufnehmen. Ihr seid ja ausschließlich Mitglieder vom Kämpfer, Hif. Ja, Bob. Äh, bei mir braucht es immer ewig, bis sowas hochgeladen ist. Ja, hab ich aber doch schon mal gesagt. Kann ja nicht sein, dass ich die Einzige, wenn er aufnimmt, oder? Doch. Okay, ich hab schon FIFA aufgenommen und ich hab schon Black Ops 2 aufgenommen. Ja, jetzt back dir mal bitte da auf'n Eis. Was? Jetzt back dir bitte da auf'n Eis. Okay. Wobei Black Ops 2 sogar ein ziemlich guter Gameplay sind. Das hat Loren sogar bestätigt. Okay, für ihn ist alles gut, was positiv ist, aber... Oh, lol, warte mal. Scheiße, die... Er soll mir wieder Glas verschwenden. So, aber jetzt hab ich natürlich nicht wieder genug Glas. Boah, ich sagte, dieser eine Creeper, der hat mir jetzt voll die halbe Bude kaputt gemacht. So, jetzt reicht erstmal, das hier besser ich gleich aus. Hier wollte ich eine Küche hinsetzen. Kurz klappelst du noch ein Farm für ein paar Öfen. Langsam reicht schon viel von allem. Krass, geht tief runter. Vor allem von Karoten und so weiter. Was ist mit dem? Davon hab ich jetzt schon ziemlich viel, eigentlich mehr, als ich jemals verbrauchen würde. Zwei Öfen sind, glaub ich, genug. Ja, reicht. Und ein paar Bilder können wir ja auch darin aufhängen. Wie viele Bücherregale hast du, Lorenz? 29, glaub ich. Ja. So. Was? Wieso? Na so. Wie mach ich denn jetzt am besten eine Küche? Auf jeden Fall schon mal. Ja, das sieht ja auch gut aus. Muss ich dann noch richtiges Glas unten hinsetzen. Ähm, die Öfen. Hier die beiden Öfen links hin. Und dann die Platten hier drauf. Ja, so kann man das machen. Hm, hm. Das sieht nicht schlecht aus. Fuck. Fuck. Ne, das sticht sich. Fuck, ich brauch noch einen mehr Koppel. Alter. Oh fuck, ich brauch was essen. Ja, das sieht gut aus. Auf jeden Fall. Wo kann man hier so kochen? Hier hänge ich noch ein Bild hin. Die Ecke ist fertig. Ich brauch hier einen Jacuzzi hin. Oh Leute, ich sag's euch nur. Ich hab Luxusprobleme in meiner Villa. Ich hab ein Luxusproblem in meiner Hose. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich hab, ich brauch gar nicht so viel wie ich hab. Alter, Alter. Einfach nein. Doch, stimmt echt. Alter, wer plantet hier denn die ganzen... Ey Leute, das wird mir langsam unheimlich. Ja. Wer plantet hier die ganze Zeit hinter meinem Rücken, und die Bäume. Ich nicht. Ich auch nicht. Ohne Scheiß, die ganze Zeit... Minimal verändert sich doch die Map hier immer ein bisschen rings um mich herum. Ich werd langsam paranoid. Ah. Das ist gruselig. Ja, die Platte wollte ich haben. Dein Maum ist gruselig. Nein, die ist ganz lieb. Okay. Äh, was wollte ich? Ich wollte ein Gemälde bauen. Hab ich noch irgendwo Stöcker? Nichts mehr so viele. Drei Gemälde kann ich machen. Ja, kann ich sechs Gemälde machen. Das soll reichen. So, drei Gemälde... Äh, loih. Sechs Gemälde, alles klar. Und Ton kann ich auch schon mal mitnehmen. Alles klar. High Five. Ohohoho, Scheiß. Erstmal ein Schaf gekillt. Ach, ich wollte eigentlich Wasser einmal. Ganz so brutal. Sonst kommt die Peter. Jo. Oh, wo sind die Diamanten? Menschen Level 34. Ich brauche langsam einen Verzauberungstisch. Das passt doch in die Küche. So. Verzauberungstisch? Ne, in die Küche würde ich denn nicht stellen. Bist du groß? Alter, du voll dritteln. Alter. Nicht so riesig, bitte. Auch nicht. Nein. Negativ. Nee. Nee. Kurz beim Ohr hier. Ist was besser. Ihr wollt Diamanten. Oh ja, eigentlich. Ja, der Mann, der sieht doch cool aus, der Ansteller, aber... Nee. Ja, der Mann, 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017